Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn in diesem Video sehen wir uns an, was der Unterschied zwischen Linguistik, Germanistik und der Literaturwissenschaft ist. Vor allem, wenn du etwas mit Sprachen studieren möchtest, würde dieses Video helfen, denn ich erkläre dir, worin sich diese Wissenschaftsgebiete denn genau unterscheiden. Zuerst zur Linguistik. Sie untersucht verschiedene Einzelsprachen, wie sie aufgebaut sind, was ihre Funktion ist, wie sie sich historisch entwickelt haben und unter welchen Bedingungen Sprache wie funktioniert. Linguistik ist auf keinen Fall gleich Grammatik. Das könnte man jetzt vielleicht denken, denn in der Schule wird man vor allem mit Grammatik konfrontiert. Und so könnte eben der Eindruck entstehen, dass genau das auch die Linguistik sei. Nein, auf keinen Fall. Linguistik ist nicht Grammatik. Im Linguistikstudium wirst du zwar auch etwas über Grammatik lernen, aber das hält sich in Grenzen. Zum einen wird es um Phonetik, Phonologie, Morphologie, Semantik und um die Syntax gehen. Zu all diesen Themen findest du Playlists auf meinem Kanal. Du kannst dir ja mal einige Videos ansehen, um einen Eindruck davon zu bekommen, was das Ganze so beinhaltet. Aber im Linguistikstudium wird es auch um Kommunikation gehen und um den Menschen, der kommuniziert. Wie wird Sprache von uns, Menschen, zum Informationsaustausch verwendet? Wie lernen Kinder Sprache? Was sind Sprachstörungen? Die Literaturwissenschaft untersucht auch Sprache, aber in Form von schriftlichen Texten. Es geht um historische, aber auch um moderne Texte. Du lernst, Literatur zu analysieren und zu interpretieren. Einen guten Eindruck solltest du schon während deiner Schulzeit bekommen haben, vor allem in der Abiturphase. Ja, so ganz genau lässt sich aber eigentlich nicht die Literaturwissenschaft von der Linguistik trennen. Du wirst eben auch etwas über die Bausteine der Sprache lernen. Darum kommt es auch vor, dass Vorlesungen zusammen an beide Gruppen gegeben werden. Linguistik, Literaturwissenschaft. Weil sie eben in der Literaturwissenschaft und der Linguistik relevant sind. Klar ist aber, dass du Einblicke in Epochen erhältst und konkrete Werke von den einflussreichsten Autoren liest, analysierst und interpretierst. Du lernst dabei sehr viel über Kultur und Kulturen. Denn wenn du nicht gerade germanistische Literaturwissenschaft studierst, geht es eben nicht nur um den deutschen Sprachraum, sondern auch über seine Grenzen hinaus. Literaturwissenschaft und Linguistik zusammen ergeben die Germanistik, könnte man so grob sagen. Wobei man sich dann auf die deutsche Sprache beschränkt. Im Studium beschäftigst du dich mit unserer Sprache und mit Literatur von damals bis heute. Das führt bei einigen zu Enttäuschungen. Denn oft wird nicht erwartet, dass eben doch noch ein nicht unerheblicher Teil des Germanistikstudiums aus Linguistik besteht. Es ist darum oft auch kein Problem, nach einem Bachelor in der Germanistik noch ein Master Linguistik zu machen oder in die Literaturwissenschaft zu wechseln. Wenn man nicht an der deutschen Sprache, sondern an einer anderen Sprache interessiert ist, dann kann man wahlweise auch Anglistik, Romanistik oder Slavistik studieren. Also, ichFO 2 für eine neue Sprache interessiert ist, dann kann man in die Küche aus Linguistik, Romanistik, Romanistik, Romanistik und Król.